Freunde gibt es überall. Geschrieben von Ulrike Fischer und illustriert von Miriam Specht. Musik Dicke Regentropfen platschen vom Himmel. Vom Fenster ihres neuen Kinderzimmers kann Millie die ganze Kastanienstraße überblicken. Sie sieht viele schöne Häuser mit Balkonen und Türmchen dran. Ganz am Ende der Straße gibt es einen Park mit einer Skatebahn. Unten schleppen zwei Möbelpacker Umzugskisten ins Haus. Auf dem nassen Bürgersteig steht jetzt nur noch Mamas Stehlampe mit dem grünen Schirm. Dostan Mili rau bachudishan nyeuverdend Nene Anisa Nene Pabllo Mili tapps rau negah Mie kondit Ahi mie kishad W mie goeied Aspapkishy kare moschrafie Hala diege Fogad hemdiege roo dariem Hala diege